Es ist crazy. Mbappé raus, dafür Harland rein. Es wird wieder einen zwölften Mann geben. Wer wird das werden? Also Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Wir packen Mbappé auch noch rein. Wir packen Mbappé auch noch rein. Harland wird dann für mich zwölfter Mann von mir aus. Lewandowski nicht dabei. Es ist wirklich, also ich könnte bestimmt fünf bis zehn Leute es noch nennen, die für mich es auch verdient hätten. Es ist crazy. Sich dafür AVE zu entscheiden, ist einfach purer Wahnsinn. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Wir werden das Ganze jetzt hier submitten. Ihr könnt das Ganze selber voten und euch dann jeweils runterladen, Freunde, wie ihr Lust und Laune habt. Ihr seht aber jetzt hier mein Team of the Year, wenn ihr denn so wollt. Eben Messi, Benzema, Mbappé im Sturm, Modric, Bellingham, De Bruyne, wir haben Hernandez, wir haben Giao Castelo, Eda Militao, Hakimi und einen Courtois. Das meine Top Eleven, Freunde. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das zu gefallen hat. Das Video von heute. Ich kann euch jetzt noch werfen, das Film, in das Video von gestern reinzugehen. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Lasst mich gerne wissen, wie euer Team of the Year aussieht. Teilt es, wie gesagt, gerne über Social Media mit mir oder schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wird die Community bestimmt interessieren, was ihr abgestimmt habt, für welches Team of the Year. Da bin ich mal sehr gespannt, welches Team of the Year ihr euch entschieden habt, für welches. Also, das soll's gewinnen sein. Checkt euch gerne das Video ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst dir bitte da. Euer Flo von Archie Gaming. Bis morgen. Ciao, Leute.